Willkommen bei 6 Minuten Jura. Heute soll es um das Verlöbnis gehen. Unter diesem Begriff versteht man zweierlei. Erstens, das gegenseitige Versprechen zweier Menschen, einander heiraten zu wollen, das ist die eigentliche Verlobung. Und zweitens, das durch dieses Versprechen begründete personenrechtliche Dauerschuldverhältnis. Es wird gelegentlich etwas antiquiert als Brautschaft bezeichnet. Einerseits begründet das Verlöbnis eine Rechtspflicht zur Eingehung der Ehe. Andererseits ist diese Pflicht aber nicht einklagbar, wie sie § 1297 Absatz 1 BGB entnehmen. Ein dennoch ergangener Beschluss, etwa eines ausländischen Gerichts, ist in Deutschland nicht vollstreckbar, § 120 Absatz 3 FAMFG. Die unmittelbaren zivilrechtlichen Folgen des Verlöbnisses sind dementsprechend überschaubar. Es geht im Wesentlichen um Schadenersatzansprüche aus § 1298 und 1299, wie um den besonderen Bereicherungsanspruch nach § 1301 BGB. Die Rechtsnatur des Verlöbnisses ist seit jeher umstritten. Die heute herrschende Meinung, die sogenannte Vertragstheorie, geht vom Vorliegen eines Vertrages aus. Das sagt ja schon der Name. Er ist auf die Eingehung der Ehe gerichtet. Auf ihn finden grundsätzlich die allgemeinen Vorschriften über Rechtsgeschäfte Anwendung. Die Parteien müssen also geschäftsfähig sein. Auf das Eheversprechen eines beschränkt geschäftsfähigen findet § 108 BGB entsprechende Anwendung. Zudem gelten die allgemeinen Vorschriften über Willenserklärungen. Vom Dauerschuldverhältnis der Brautschaft gehen durchaus beachtliche Rechtswirkungen aus. So können verlobte Ehe-, Erb- sowie Erbverzichtsverträge abschließen, allerdings kein gemeinschaftliches Testament errichten. Das Verlöbnis lässt zudem wechselseitige Schutz- und Obhutspflichten entstehen, der eine strafrechtliche Garantenstellung begründen können. Verlobte besitzen ferner ein Zeugnisverweigerungs- sowie ein Auskunftsverweigerungsrecht. Das Verlöbnis kann beendet werden durch die Eheschließung, den Tod eines der beiden Verlobten, den nachträglichen Eintritt der Unmöglichkeit, den Eintritt einer auflösenden Bedingung oder aber durch den in den § 1298 und 1299 BGB genannten Rücktritt. Bei der Rücktrittserklärung handelt es sich um eine formlose, einseitig empfangsbedürftige Willenserklärung eines der beiden Verlobten. Sogar ein konkludentes Verhalten reicht dazu aus. Der Rücktritt hat ebenfalls Doppelnatur, beseitigt jedoch die Pflicht zur Heirat und das Dauerschuldverhältnis selbst. Der Verlobte, der ohne wichtigen Grund zurücktritt, einen wichtigen Grund für seinen Rücktritt selbst verschuldet oder aber schuldhaft den wichtigen Grund für den Rücktritt des anderen gesetzt hat, muss für die nachteiligen Folgen einstehen. Daher besteht ein Ersatzanspruch wegen bestimmter Aufwendungen, die in Erwartung der Ehe erfolgten § 1298 Absatz 1 Satz 1 BGB. Zum Schaden zählen auch Verbindlichkeiten, die in Erwartung der Eheschließung eingegangen wurden. Hier kann also ausnahmsweise einmal ein Vermögensschaden ersetzt werden. Allerdings findet sich in Absatz 2 eine Angemessenheitsgrenze. Die gegenseitig ausgetauschten Geschenke können die früheren Verlobten entsprechend den Vorschriften des Bereicherungsrechts zurückfordern, § 1301 Satz 1 BGB. Die Norm ist Lex Spezialis zu § 530. § 1301 BGB stellt zudem einen selbstständigen Bereicherungsanspruch dar, der die Zweckverfehlungskondition des § 812 Absatz 1 Satz 2 Variante 2 BGB erweitert. Die Vorschriften des Bereicherungsrechts gelten also nicht uneingeschränkt, sondern stets unter Beachtung des mit § 1301 BGB verfolgten Zwecks. Umstritten ist dabei, ob § 815 BGB anwendbar ist. Zu beachten ist schließlich, dass sich die Herausgabepflicht nur auf dasjenige bezieht, was sich die Verlobten geschenkt haben. Die Norm greift ihrem Wortlaut nach also nicht bei Schenkungen der Eltern des einen Verlobten an dessen Partner. Der BGH hat Vermögenszuwendungen potenzieller Schwiegereltern an potenzielle Schwiegerkinder, die mit Blick auf die geplante Eheschließung erfolgt sind, dem allgemeinen Schenkungsrecht zugeordnet. Daneben kommen die Grundsätze der Störung der Geschäftsgrundlage und der Rückgewehr über § 812 Absatz 1 Satz 2 Variante 1 BGB in Betracht, wenn eine entsprechende Zweckabrede feststellbar ist. Das war's zum Verlobnis bei 6 Minuten Jura. Ich danke für Ihr Interesse. Noch mehr lernen können Sie, wenn Sie jetzt folgende Fragen beantworten. Das Verlobnis zwischen M und F ist geplatzt. M verlangt nun von F 1.300 Euro, die er für eine Zahnbehandlung von F bezahlt hat. Liegt eine Schenkung im Sinne von § 1301 BGB vor? Welche Funktion hat die Schadenersatzpflicht der § 1298 und 1299 BGB? Wie ist das Verlobnis von der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft abzugrenzen? Sie sollten die Fragen zunächst für sich beantworten und dazu auf Pause drücken. Sonst folgen jetzt gleich die Antworten. Und hier sind die Antworten. Der Schenkungsbegriff bei § 1301 Satz 1 BGB ist zwar weit auszulegen, allerdings ist er gegen mögliche Unterhaltsbeiträge abzugrenzen, denn Unterhaltsbeiträge unter Verlobten stellen keine Schenkungen dar. Die Finanzierung der Zahnbehandlung ist eine solche Unterhaltsleistung, die nicht in Erwartung der Ehe, sondern im Hinblick auf das gegenwärtige Zusammenleben der Verlobten erbracht worden ist. Zuwendungen, die der Verwirklichung des vorehelichen Zusammenlebens dienen, sind aber nicht über § 1301 BGB rückforderbar. Die Schadenersatzpflicht beruht auf der Nichterfüllung des Eheversprechens. Es geht also nicht darum, dass im Rücktritt eine unerlaubte Handlung liegt. Daraus folgt, dass neben den § 1298 und 1299 BGB Ansprüche aus Deliktsrecht geltend gemacht werden können. Voraussetzung ist allerdings, dass über den Bruch der Verlobnistreue hinaus eine unerlaubte Handlung vorliegt. Dabei ist zu beachten, dass die Ansprüche unterschiedlichen Verjährungsfristen unterliegen. Die Unterscheidung ist wichtig, kann im Einzelfall aber schwierig sein. Während grundsätzlich Verlobte nicht zwingend zusammenleben müssen, ist typisches Merkmal für die nichteheliche Lebensgemeinschaft die enge Verbindung und damit auch das Zusammenleben beider Personen zwecks gemeinsamer Lebensführung ohne Trauschein. Bei der nichtehelichen Lebensgemeinschaft erschöpft sich die Beziehung aber im gemeinsamen Leben. Demgegenüber geht es bei einem Verlobnis darum, dass die Partner beabsichtigen, gemeinsam die Ehe einzugehen. Auf eine Geschlechterverschiedenheit kommt es in beiden Konstellationen heute übrigens nicht mehr an. Would you play? H! 10 10 11 12 11 12 bra�� 16 16 Vielen Dank.